Nummer 7 und der letzte Benzinrasenmäher im Vergleich ist der Scheppach SM 225-53E. Der Scheppach ist ein leistungsstarkes Gartengerät, das sich ideal für große Gärten eignet. Mit einer Schnittbreite von 53 cm und einem zuschaltbaren Radantrieb ermöglicht er dir ein einfaches und effizientes Mähen. Der 65 Liter Fangkorb ist robust und ist auch mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet. Zusätzlich bietet der Rasenmäher eine Mulchfunktion und eine 7-fache Schnitthöhenverstellung. Die eine professionelle Rasenpflege ermöglichen. Er ist mit einem Elektro-Starter ausgestattet, der durch einen aufladbaren Lithium-Akku betrieben wird. Ein weiteres Highlight ist das professionelle GT-Getriebe, das für ein extra hohes Drehmoment und eine besonders hohe Leistung sorgt. Der Rasenmäher verfügt außerdem über eine integrierte Reinigungsfunktion, die eine schnelle und einfache Reinigung ermöglicht. Der doppelt klappbare Handgriff bietet eine einfache und extrem platzsparende Lagerung. Du kannst ihn beim Hersteller optional als B-Ware kaufen. Dort bekommst du ihn aber auch als Neuware am günstigsten. Das Angebot findest du unter dem Video.